So Freunde, ich brauche mal etwas Kontra, etwas Gegenfeuer von euch zu meiner sehr bullischen Meinung heute für First Solar hier im Tageschart. Wir hatten ja vor kurzem einen mega Impuls nach oben auf ein neues Hoch. Gefolgt von einer Korrektur mit massiv sinkenden Umsätzen, also in dem Sinne Interpretation des Volumenbildes nur eine Korrektur. Und jetzt sitzt die Aktie auch noch auf einer richtig fetten Unterstützung auf. Hier die Gap-Oberkante, auch die Gap-Oberkante des Impulstages noch nicht wirklich geschlagen. Viel Platz hier nach oben bis zu dem Widerstand, Bullenfalle, ja, nein. Gebt es mir mal Kontra, was sagt ihr? Ist es zu gut, um wahr zu sein? Der Wochenchart ist auch bullisch, höhere Hochs, höhere Tiefs. Also haut mal raus, warum das deiner Meinung nach nicht funktionieren kann.